Der Grundstimme überhaupt, bei Adolf Mohr in Nachtorf geboren. Besitzer ist Stahl, Nové in den Niederlanden. Ich grüße alle niederländischen, belgischen, luxemburgischen Gäste unter uns. Frankreich, Italien habe ich gesehen, Schweiz, Österreich. Die Schwaben sind da, die Bayern sowieso. Die haben ja auch mehr Lust jetzt ihr Land zu verlassen und hier die schönen Hengste anzuschauen und die Nachzuchten. Weil sie eigentlich zu viel Trouble bei sich haben. Den wünschen und Umzug. Kerry absolvierte eine überragende Leistungsprüfung im 70-Tage-Test in Adolfsdorf im letzten November. Und er hat immerhin auf dem Temperament, Leistungsbereitschaft und Sprichanlage die Spitzennoten von 9,0 davon getragen. Aus dem Unterstamm dieses 377a-Stammes sind die gekürtten Hengste Crosby und Lincoln, hoch berühmt, sowie die internationale, volkreiche Springmeister Silber von Tjarek, Nagel oder auch Landmann von René Teppel und später dann unser Debbie Dole für die USA. Torben, Seemann, also hier werden nur Herrschaften und junge Reiter eingestellt, die Torben heißen. Und Seemann passt ja auch gut zu Holstein. Denn lass ihn mal strahlen. Kerry Best, Cassini, Leonid, Lavalow. Auch hier die Grundkannung Parade, sehr bedeutungsvoll abgelegt, jetzt passt es besser, wunderbar. Sehr gut, Frau Torbenzer, Kerry Best. Easy, locker, alles vermögen. Ein Hengst für eine ganz, ganz große Zukunft. Aber wir erhöhen noch einmal, über ein, zweimal, um Ihnen noch ein wenig mehr abzuverlangen. Wir haben den Rollstinik übertreiben, mit den Jünglingen, die ja noch gerade erst über einen Monat hin, vier Jahren jung sind. Aber dieser mustergültige Schimmel von Cassini, wird mit Sicherheit einer gute Klinge schlagen können, in sich die Landesschampionate Baselgeberg der Fiege. Kopfklar, der Fragment überlegen, so wie das schon in der Leistungsprüfung ausgedrückt wurde, mit Spitzennoten. Den braucht man auch nur mal ins Auge zu schauen. Und Cassini-like Ansprung aus allen Abmessungen, auch in der Distanz, Überlegenheit demonstrieren und damit klarkommen, die Menschheit im Moment dann auch mit einer vorbildlichen Maskül entfalten zu können. Das sind eigentlich elementare Grundbausteine im Blick eines herausragenden Springferners. Da gehst du doch mit der Einigung an. Ohne mit der Wimpern zu zucken, aber mit dem richtigen Auge ausschlagen, meine Damen, ich rufen Sie jetzt an. Und dann, wie ihr so zahlreich versammelt seid, Cassini in absoluter Spitzenklasse. Immer wieder, Dankeschön. Oder wollen wir es noch mehr übertreiben? Es liegt dunkel. Frauen auch hier ein Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, wir haben jetzt, das war Gnögen, zwei, ja, die werden verärben. Vielen Dank. Wir sind alle Karri Vest, auch da haben wir sehr gut gesehen haben, der Sprintvader und der Mannen in Cassini. Cassini ist auch ein Kapitel Heinz. Correcte Mannen, Hengst, gute Basiswaren. Wir sind in der Nacht. Wir haben auch eine schöne Ausstellung auf der König in Norden der 2.5 Uhr. Exzellente Idee, woher wir von der Ostfahrer Stamboe. Schubbel bewegt los durch Leib mit Schoen. Werken an der Hooptrekken. Graag für die Dagen dran. Die Stoffe machte von 1,66 m. Die Stoffe machte ist 70. Der Berichting testt in Annelheidsdorf. Von den 33er Heidsdorf in den zweiten Platz zu kommen. Der Berichting testt in Annelheidsdorf. Der Berichting testt in Annelheidsdorf. Der Berichting testt in Annelheidsdorf. Kijk eens naar Kelly Bas. Kelly Bas van Cassini Leonid Laval. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank für's Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank.